Los. Los. Hallo und herzlich willkommen zu Dead Island Riptide im strömenden Regen. Wieder mal mit dem Meister 690 und mit mir, dem Mr. Maus und der 4 Upgrade. Haben wir wohl gemacht, oder? Ja. Haben wir gerade gemacht in der letzten Folge, genau. Ähm. Jetzt habe ich wieder diese minderwertige Schreckschusspistole im Inventar, ey. Verdammte Scheiße. Ausrüsten, ja. Wo bist du? Feuerzeug gefunden. Ich bin hier drin, ich sammle gerade Molotov-Cocktails ein. Stimmt, Gott, ich brauche, ich brauche was zu essen. Das wäre ich jetzt gerade zu schneiden. Wie das Inventar umbauen, weil der die Scheiß Molly schon wieder reingeknallt hat. Feuerzeug habe ich auch gefunden. Oh, schnelle Reise, nee. Nee, das machen wir jetzt nicht. Alkohol, jawohl. Ich würde sicherlich was zu essen geben, oder? Warum soll das was zu essen geben? Warum für dich? Ja, nur weil ich eine dumme Chinesin bin. Ja, genau. Ach, nimm doch den Snack, du dumme. Ach, an den Händlern kann ich jetzt endlich Zeug verkaufen. Echt? Wo? Ähm. Was braucht man hier alles? Was hat man gerade gefunden? Vielleicht auch hier verkaufen. Nagelbrett. Brauchst du aber schon, zufällig sind drohne. Das kommt weg, mach eh. Bitter Scheiß, ey. Übermachete. Oh, hoch, nicht. Was ist das denn für ein Teil? Jetzt gucken wir uns das ein kleines Mal an. Äh, verkaufen. Äh. Schwerer Schraubenschufen. Könnte man behalten. Nagelpistole behalte ich auch mal. Alkohol. Könnte man sicherlich gebrauchen, oder? Ich hätte... Ich weiß jetzt nicht für was. Das ist das Problem. Ich glaube, da... Ich glaube, bei Dead Island, so wie ich mich daran erinnern kann, gab es dann so Typen, die dir das dann... Das ist dann auch wie so eine Nebenquest, dass du denen einfach Alkohol bringst. Echt? Das wäre ziemlich cool. Glaub schon. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben doch noch einen Strand, oder? Jep. Robot Zambi? Wir müssen auf die andere Seite, theoretisch, oder? Was ist denn... Ah, hier, mit der müssen wir reden, oder? Mach mal einen Upgrade der Verteidigungsanlagen. Gott, sieht die hässlich aus. Mach mal deine Presse. Aber ich brauche eine Power-Source. Kabel und Batterien sollten das tun. Willst du mir was? Okay, was brauchen wir? Elektrisierend hilft der... ... äh, bessere Verteidigung aufzustellen, um den Ort zu sichern. So, um... Ich starte mal. Absolut. Die Kabel sind in der Schäcke, nicht weit von hier. Und die Batterien sind auf der Anwendungssite. Okay. Es sind nur fünf Autos... Uuuuuh... Warte mal, wir können hier mit Klingenwaffen handeln, aber es bringt nicht wirklich viel. Gut. Warte. Yes. Alter, es hat vier Sterne. Fuck off. Wo ist denn du schon? Wir müssen doch in die andere Richtung, oder? Naja, ich weiß nicht, aus welchen wollen wir als erstes machen, das ist jetzt die Frage. Ja, wir gehen jetzt an den Strand, das ist das nächste, was wir hätten machen müssen. Naja, und was wir machen wollten eigentlich, das wollten wir schon am Anfang machen, fällt mir grad auf. Naja, dann sind wir in Kapitel 2 gelandet. Ja, okay, also elektrisierend und Strand. Und dann Karten. Du weißt jetzt schon, dass wir dort... Was? Geh mal. Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg nehmen wir jetzt am besten. Äh... Entweder dort raus, wo du jetzt raus gehst. Wir gehen dort raus. Ich glaub, dort waren wir schon mal, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wo ich jetzt grad bin, oder? Ja, das Problem ist ja... Doch, über die Brücke könnten wir... Doch, komm mal drüber. Echt? Warte, 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 warte. Du rushst immer so vor, ey. Ja, hier liegt doch nisch, da können wir doch loslaufen, ey. Ja, ich hab da grad in der Karte was markiert, du Penner. Also ich seh das Missionsziel. Halt doch deine Fresse. Ich muss bloß ab und zu auch mal auf die Karte gucken, wo's lang geht. Das machst du nur, weil ich schwarz bin. Ja, jetzt komm. Ja, okay, es gibt nur einen Weg. Hoffe ich. Guten... Was? Ich krieg auch das Geld. Ja, und? Das Bildungsprinzip. Ich will der Erste sein. Alter, bring mich hier weg. Ich bin... Ich bin... Den nehm ich grad überhaupt drauf, ich denke schon. Vielleicht ist es etwas, den ich kann nutzen. Der ist ein Zombie... Es ist schon, dass wir hier runter müssen, oder? Komm's. Ich will mal schon wieder auf... Zeug. Zack, du, 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 du. Komm's. Kommst du, oder? Auf. Ich stetzel gerade. Oh fuck. Monotaur Cocktails, jawohl. Sicher, dass wir da runter müssen? Ich glaub schon, oder? Ja, das zeigt's mir hier grad an. Weil wir sind Zombies. Echt? Karte? Ja. Ah, wir sind fast richtig. Hö 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 Hö. Ah, zwei Zombies. Fegt euch. Ich hab wieder Medi-Packs. Hammer, gell? Ich helfe dir damit aber nicht hoch. Schenk des Himmels, super am Strand nach vorgehen. Der war schon tot. Ich weiß. Den hab ich mit einem Special Move gekillt. Oh, halt doch die... Alter Bruch. Wow, fuck. Weg dich. Leben regenerieren. Oh, jetzt wird die alte Kinder wieder... Keine Ausdauer mehr, ey. Alter, jetzt hat der mich umgehauen. Echt? Ja. Kümmer mich mal um die Tage. Erstmal ne Runde spritzen, hab ich gehört. Schwacher Polizeiknüppel. Nee, das... Äh... Hier war mal... Hier war ja unsere Start Area. Oh ja. 280 Meter bis zum Ziel, oder? So, ist das das Ziel? Ja, oh, okay. Ich geh mal Escape, um auf die Karte zu kommen. Ah, guck mal. Die grünen Bereiche müssen wir jetzt absuchen. Ja. Und das müssen wir suchen? Wir müssen erst mal zur roten Fahne, hab ich gehört. Nach Vorräten sollten. Nee, die rote Fahne, guck mal, wo die liegt. Wir müssen jetzt hier... Äh, die ist hier. Ja, ich geh in den grünen Bereich, würd ich sagen. Genau. Und wir sollten jetzt erst mal die Zombies hier umlegen. Das ist das Objekt, was du finden musst. Fick dich, Schlampe. Ja, du kümmerst dich sicherlich darum, hab ich gehört. Die sind schon alle weg. Hast du das abgesucht? Ja, hab ich schon. Ich hab dort dieses... Äh, diese Verbände halt gefunden. Ah, okay. Oh, hier sind viele Zombies. Ich komm dir mal zur Hilfe, nee, dass du noch anfängst zu weinen. Ach, mach ich schon. Ich würd sagen, Roman, lass mal dann in der letzten Folge mitspielen. Ja, der muss dann alles alleine durchspielen. Ja. Also, Hedy für die Verständnis des Außerheils. Ja, Hedy ist das schon. Ich find' die eigentlich total behindert oder so. Hässlich ein Zombies. Hoppala, Zahnrad. Au. Ah! Bin da schnell. Scheiße, schnell. Fuck. Fuck, die Kloppen übrigens rein. Aber ich bin schneller mit meiner Macht. Nachher. Singenwaffen, äh, Fähigkeitsstufe 2. Ups, huah. Unsinn. Alter, die Killcam war geil. Killcam? Ja, wo ich den gerade getötet hab. Oh, das, das war jetzt auch nice. Also, richtig heilig. Genau in den Kopf abgeschnitten. Herrlich. Wasserflaschen, nächstes. Was sagt die Karte an? Wo müssen wir denn hin? Wir müssen zur anderen roten Fahne. Ne, wir. Ne, wir müssen zum nächsten begrünen Bereich. Ja, das ist die rote Fahne. Ne. Die rote Fahne ist 250 Meter weiter weg. Die rote Fahne ist 82 Meter. Dann hast du ne andere rote Fahne. Ja, ich... Weh schon. Ich bin halt anders. Warte mal, die Zombies was umlegen. Du musst den hier vorbei nehmen. Nein, nein, nein. Ja, oder die legen mich gleich um. Oh, fuck. Ja, mich haben so das Kratpett weggehauen. Oh, fuck you. Scheiße, wir haben halt die andere Richtung. Aaaaaaah. Au, 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 au. Regeneriere. Lieber im... Fettsack. Bam, bam. Jawohl. Team, Alter. Du schaffst es? Ja. Bam, in your face. Au. Ich hab grad mein... Irgendwas weg. Aber da hab ich doch gesagt, lass uns zusammenarbeiten. Rush wieder vor. Komm her. Bam, bam, bam. So, hab grad ne... Nachricht bei Whatsapp gekriegt. Ja, das ist nervig bei Let's Plays. Ja. Fängt glücklich, dass ich es nicht auf laut hab. Ja. Ja, wir sind hier auf dem Steg, müssen wir irgendwas suchen. Ich glaub ja. Und wie hast du ertrinkst? Na, katsch. Ich bin doch Profi. Boah, ich bin außerhalb des Grün-Bereis. Oh, kaut. Bei mir wird irgendwie gar nicht angezeigt. Oh, ich hab's gefunden. Was war's denn? Nahrungsmittelvorräte. Kriegst du auch mal zu dem Let's Play was bei? Ich glaub, die Zombies die ganze Zeit... Energydrink, greifen wir uns mal hinter. Nagelbrett braucht man auch. Snack. Oh ja, Snacks. Das sind überhaupt nix. Was? Snacks und Energydrink. Willst du jetzt wieder zurück, oder? Ja. Kann ja was abgeben, das Zeug. Denk ich mal. Alles klar. Alter, da können wir ja doch noch die ganzen Nebenquests hier erfüllen. Alle werden wir zwar sicherlich auch nie schaffen, aber... Ach, wollen wir doch gar nicht. Moment, wo ging das jetzt hier lang? Hier über die Brücke, die da... Ach, der Zombie ist wiederbelebt, super. Den hab ich auch schon mal umgelegt. Du bist schon mal egal. Ich geh schon mal durch. Bleib doch hier. Nein. Bats. Ach, wo komm' den... Ach, du hast ihn nicht mehr lebt. Bam, 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 bam. Alter, Kopf abgeschlagen. Ja, das sind coole Killcamps. Was sagt denn die Zeit eigentlich, mir das jetzt hier? Wir haben noch ein bisschen. Achso, ja. Ja, willst du jetzt... Jetzt rennst du wieder weg. Naja, ich hab Ausdauer. Ja, ich auch. Ich hab schon geupscrated. Weißlein bin ich... Out of... Oh... Nee, ich hab kein Upgrade mehr. Warte auf mich. Du kannst ja eh nie abgeben. Ich hab doch das ganze Zeug. Doch. Ich glaube, es kann jeder abgeben. Nein, sehe ich überhaupt nicht ein. Alter, dieser Weg kotzt mich so an. Weil die so weit ist. Ja, wohin? Äh, in Survival-Paradies-Camp, glaub ich. So, zu der alten in das Haus. Stimmt. Ach nee, wir müssen fünf Auto-Batterien finden, oder? Ja, das ist der zweite Quest. Wo bist du eigentlich? Wetten, dass ich es nicht schaffe. Oh doch, ich hab's geschafft. Warte, erst mal Energy-Train. Mach das. Ne, dass du dir an Zuckerarmut leidest. Leidest. Warte. Ah, ich kann sogar abgeben, den Quest. Was? Bless you. We will survive a bit longer, Ja, wir werden ein bisschen länger überleben. Das finde ich ja jetzt schon mal ganz schön unfair. Und ich kann den Fleischklopfer mitnehmen. Echt? Ich will auch. Und ich kann noch ein Quest annehmen, gegebenenfalls. Warte. Ja, nimm an, oder so. Warte. Warte. Wenn du mir ein bisschen Kahn-Food, ich werde ein bisschen Speisen addieren. Es wird lecker. Ich kann mich nicht mehr überlegen, was ich mache. Und ich kann mich nicht mehr überlegen, was ich mache. Ich werde das machen. Ich werde das machen. Und ich werde das machen. Und ich werde das machen. geben kann Alkohol macht Birne hol das ist Birne holen für Alkohol äh malalala verkaufen so dann handeln wir mal mit dem Kunden hier verkaufen natürlich was verkaufen ja zwei Knüffel ja ich tue erstmal alles was irgendwie hochwertig ist, behalte ich erstmal ja gut das kann eigentlich auch noch weg hmm das Hackmesser, das benutze ich gerade das Eigenbaumesser wobei, das könnt ihr eigentlich gleich mal reparieren so Eigenbaumesser kann weg Stockmess und das kann auch weg hä, lass mich verraschen, ich hab das zuhause 20 auslusten ja das können wir verkaufen ja so das geht auch weg der Fleischklopfer ist der Hammer warum der sieht lustig aus ja ja natürlich zum Fleischklopfen ja wird dann können wir äh an sich aufhören meinst du für die Folge? ja klar ne für das Spiel ich hab keinen Bock mehr darauf ja eben es fängt auch gerade ein bisschen an zu decken, oder? ne ne huiiiiiii oh okay ne dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge und dann vielen Dank fürs Zuschauen und haut da rein jo bis dahin ciao jo tschüss